Martin Schulz und seine Werbetour für eine große Koalition, die er ja nach der Bundestagswahl gar nicht mehr wollte. Sprechen wir darüber mit der Dame, die ihn gestern empfangen hat, bei der Sendierung mit der Union auch dabei war. Der Landeschefin der SPD in Bayern und der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-SPD. Guten Morgen, Natascha Kohn. Guten Morgen. Frau Kohnen, wie hat Martin Schulz denn gestern begründet, dass eine Koalition mit CDU und CSU nun auf einmal doch wieder eine gute Idee ist? Naja, in einer sehr sachlichen Diskussion. Er hat auch genauso wie ich abgewogen, was konnten wir erreichen. Und man muss aber auch ganz ehrlich immer dazu sagen, was konnten wir nicht erreichen. Und ich bin ja auch in meiner Abwägung, genauso wie Martin Schulz, dazu gekommen, dass im Gesamtbild wir wirklich viel erreicht haben. Man kann nie alles haben. Und dass es sich auf Grundlage diesen Erreichten durchaus lohnt, noch mal in tiefere Gespräche reinzugehen. War denn die Zufriedenheit unter Ihren Parteikollegen groß oder war doch das Murren eher größer? Weder noch, sondern es war ein wahnsinniges Interesse, einfach Martin Schulz noch mal nachzufragen, können wir vertrauen, dass wenn ihr da weitermacht, dass ihr uns wirklich auch klar sagt, was geht und was nicht geht. Und es waren auch Sachfragen dabei. Zum Beispiel bei der Mietpreisbremse war die Frage, die ist ja jetzt so, wie sie drinnen steht, noch nicht wirklich griffig. Und da konnte man dann auch noch mal klar machen, dass man eben Sondierungen nicht mit Koalitionsverhandlungen verwechselt. Weil wenn man sondiert, dann tastet man erst mal ab. Und wenn man dann aber wirklich in Verhandlungen geht, dann würde so etwas wie die Mietpreisbremse natürlich klar formuliert werden. Die muss verschärft werden, die muss greifen. Also das waren hauptsächlich die Fragen. Die gingen wirklich inhaltlich ganz, ganz tief. Okay, super. Inhaltlich. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal in Medias Rees und hören uns vorher noch mal ganz kurz an, was Sie hier bei uns bei Phoenix vor einigen Wochen auf dem Parteitag der SPD gesagt haben. Meine Position ist, ich bin kein Freund der Großen Koalition, weil ich der Überzeugung bin, auch durch meine Regierungspartei in Bayern, die ja immer die Große Koalition ordentlich beschossen hat, dass dieses Modell eigentlich ausgedient hat, weil die inhaltlichen Gemeinsamkeiten am Ende waren. Sie haben sich dann auch dafür ausgesprochen, Gespräche mit der Union zu führen. Aber wenn ich mal ganz konkret jetzt frage, wo sehen Sie denn jetzt die großen inhaltlichen Gemeinsamkeiten, die sich dann offenbar innerhalb weniger Wochen aufgetan haben und die Sie jetzt ganz konkret im Sondierungspapier wiederfinden? Ich nenne das gar nicht Gemeinsamkeiten mit der Union, sondern wir haben etliche Punkte, die uns extrem wichtig sind, auf jeden Fall durchgesetzt. Also beispielsweise ein Einwanderungsgesetz, weil man da wirklich steuern muss. Oder wir haben auch die Parität bei der Gesundheitsthematik durchgesetzt. Das heißt eben, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich viel zahlen werden in Zukunft bei den Beiträgen. Wir haben durchgesetzt und das war auch mein Bereich und da bin ich wirklich froh darüber, dass der soziale Wohnungsbau fortgesetzt wird. Das wollte die Union erst nicht. Und was uns auch gelungen ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt für die Menschen und für das Leben von jedem, der Kinder hat, dass du Familie und Job unter einem Hut kriegst. Wir kriegen den Einstieg hin, dass wir kostenfreie Kitas haben. Und wir kriegen auch den Rechtsanspruch auf Ganztag. Also da ist unheimlich viel erreicht. Auch das Kooperationsverbot, dass das jetzt kippt. Das heißt, dass der Bund den Ländern unter die Arme greifen kann und den Kommunen bei der Bildung. Das sind wirklich in der Summe viele Dinge. Und ich sage Ihnen ganz recht, ich hätte nicht gedacht, dass wir das erreichen. Ich war an diesem Donnerstag früh um vier Uhr noch der Meinung, das kann im Gesamtbild nicht funktionieren. Aber da waren ja diese sogenannte Sechsergruppe schon ziemlich lange in einem Raum. Und wie die dann rauskamen, habe ich mir das Gesamte angeguckt und habe gesagt, okay, das ist es wert, in tiefere Gespräche zu gehen. Aber am Schluss entscheidet in der SPD jedes Mitglied. Und das wäre mein Votum, was ich auch im Moment immer vertrete und sage, hey, komm, denk nochmal nach. Verstehe ich. Also ist ja interessant, Frau Kohn, weil viele Kritiker sagen, dieses Sondierungspapier hat einen sozialen Anstrich. Aber in der Öffentlichkeit wird im großen Teil nur wahrgenommen, dass die SPD ihre Themen offenbar nicht durchgesetzt hat. Also Bürgerversicherung gibt es nicht. Die große Steuerreform mit Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die sie gefördert haben, gibt es nicht. Der Familiennachzug für Familien von Geflüchteten bleibt weiter stark eingeschränkt. Hat die SPD sich da verkauft oder nur schlecht öffentlich verkauft? Ja, wir müssen tatsächlich in unserer Formulierung, wie wir rausgehen, wesentlich deutlicher noch werden. Und das machen wir ja auch in den letzten Tagen. Und wir haben ja noch jetzt ein bisschen Zeit. Wir müssen viel, viel deutlicher noch machen, was wir tatsächlich wirklich erreicht haben. Und das ist eine Menge, klar. Aber man darf auch eben nicht weglügen, die Punkte, die Sie gerade genannt haben. Obwohl ich mir da schon sicher bin, auch bei dem Einstieg in die Bürgerversicherung. Man muss sich schon nochmal beispielsweise über die Honorarordnung für Ärzte unterhalten. Das heißt eben, dass eine Angleichung von gesetzlich und privat dann doch vielleicht ein erster Einstieg sein kann. Ja, ich bin froh, dass Sie das anbrechen. Also ich glaube, auch bei dem Familiennachzug bin ich mir sicher. Ich bin froh, dass Sie das anbrechen. Ja, bei dem Familiennachzug bin ich mir zum Beispiel sicher, dass wir nochmal über die... Ja. Wir haben eine leichte Verzögerung, deswegen entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche. Ich finde das ganz gut, dass wir da wirklich ins Detail gehen. Also das Thema Bürgerversicherung. Viele Menschen in Deutschland fragen sich ja wahrscheinlich, wie kann es sein, dass weiterhin Gut- und Besserverdienenden eben nicht in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen müssen, weil sie sich eben ins private System flüchten können, sage ich mal, und damit ja das gesamte System schwächen. Das ist ja ein Urthema der SPD. Warum hat man darauf nicht gepocht, auch wenn es mit der Union nicht machbar war? Naja, die Union hat ja auch, sage ich mal, ein paar Positionen und in diesen Verhandlungen, auch beim Spitzensteuersatz, da hat die wirklich geblockt. Und diese berechtigte Kritik, die Sie hier bringen, warum machen wir das eigentlich nicht, die richtet sich an die Union. Dann muss man natürlich die Union fragen, welche Antwort gibt die denn diesen Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht gleich behandelt werden? Und die geben keine Antwort. Und ich glaube, auch da muss man mal offensiv werden, auch bei der sachgrundlosen Befristung. 40 Prozent der jungen Menschen stolpern von einem befristeten Job in den nächsten und die Union gibt keine Antwort. Sind Sie mir ein bisschen ausgeflüchtet? Sind Sie mir ein bisschen ausgewichen? Wir kommen gleich nochmal auf den Punkt mit der Union und der Öffentlichkeitwirksamkeit. Aber ich habe ja Sie gefragt, warum hat die SPD, also in Sachen Bürgerversicherung und auch in Sachen Steuerreform, da sind Sie ja angetreten, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten, das ist jetzt in der Form so sicherlich nicht geschehen, wie die SPD das wollte. Warum ist man dort nicht härter geblieben? Warum sind Sie als SPD und Sie selbst waren ja dabei, warum sind Sie nicht härter geblieben? Wir sind da schon sehr hart reingegangen, aber ebenso wie die Union ja ziemlich schmerzhaft Zugeständnis an uns machen musste, mussten wir den einen oder anderen Punkt im Moment jetzt auch akzeptieren. Aber jetzt bei dem Spitzensteuersatz war einfach der Union nicht zu vermitteln, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist. Also für uns war die Debatte sehr, sehr interessant und es ist aber Olaf Scholz, der ja die Finanzfragen verhandelt hat, ist es gelungen bei der Abschaffung des Solis es zumindest so zu organisieren, dass genau in diesem Punkt die Großverdiener, die Spitzenverdiener länger zahlen müssen, beitragen müssen. Ich nenne das immer beitragen. Und das, also da sind, sag ich mal, etliche Dinge ein bisschen, wenn man tiefer geht, schon gelungen. Aber am Ende ist der Spitzensteuersatz tatsächlich auf der Strecke geblieben, weil die Union da eine komplette Weigerungshaltung hat. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats hat heute in einem Interview der SPD empfohlen, sich doch besser in der Opposition zu regenerieren. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht besser gewesen zu sagen, okay, wenn die großen wichtigen Punkte, die uns der SPD wichtig waren, wenn wir die nicht durchsetzen können, dann lassen wir es eben mit der Großen Koalition. Naja, Sie müssten ja sehen, das Leben der Menschen hat viele, viele, viele Themen. Kann ich mir mein Dach über dem Kopf leisten? Kriege ich Familie und Job unter einen Hut? Wie geht es auch weiter mit Europa? Das treibt auch viele um. Und wir haben viele kleinere Punkte, die angeblich kleiner sind, aber die eigentlich ungemein wichtig sind für das direkte Leben der Menschen. Die haben wir ja erreicht. Und man muss dann, wenn man sich so ein Papier anguckt, muss man sagen, so, sind diese vielen, vielen, vielen Dinge, die wir da hineinschreiben konnten, und ich nenne das wirklich sozialdemokratische Handschrift, sind die ausreichend? Oder sage ich, die drei Punkte, die wir noch nicht erreicht haben, die aber für uns extrem wichtig sind. Und da gehe ich in die Kritik, in die Unionsrichtung und sage, Mensch, das wollen die nicht. Schaut euch das an, die wollen das allen Ernstes nicht. Aber die ganzen anderen Punkte bewegen uns trotzdem. Dass wir in diesem Land darüber diskutieren müssen, ob wir regieren, um genau diese Punkte und das Leben der Menschen zu verbessern. Also ich glaube, das ist hier genau die Abwägungsfrage. Ich finde, da gibt es nicht 0 und 100, sondern da gibt es viele Nuancen dazwischen. Und das macht das Ganze ja eben auch so kompliziert. Vielen Dank. Nach Bayern, Natascha Kohnen, die Landeschefin der SPD in Bayern und die stellvertretende Parteichefin der SPD. Vielen Dank für das Gespräch.